Schule und hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also was gibt's so wichtiges? Hallo Christian. Was macht Jenny? Ich komme gerade von der Schule und hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Ich warte schon mein ganzes Leben lang auf was. Auf den Zug. Auf den Kaffee. Ich warte auf das Warten. Im Moment warte ich darauf, dass ich endlich meinen Kaffee trinken kann. Sechs Jahre verschwindet der Mensch mit Warten. Ich warte schon mal auf was. Ich warte schon mal auf was. Ich warte schon mal auf was. Ich wohne. Danke. Bis zum nächsten Mal.